Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play X4. Wir werden hier einen kleinen Umbau machen. Einen klitzekleinen Umbau würde ich mal behaupten. Indem wir erstmal sagen, wir entfernen bitte diese Sequenz hier. Wunderbar. Danach werden wir einen Luxus-Doc hinbauen, gefüllt von einem wunderbaren E-Doc. Bauen wir einen E-Doc. E-Docs sind super. E-Docs sind fein. E-Docs können wir später auch noch in die andere Richtung verlagern. Wo ist das denn jetzt hin? Ja, okay. So ist es weg mit dir. E-Docs können wir nachher noch in eine andere Richtung verlagern. Aber so ist es schon mal eine richtig gute Grundlage. Achso, warte mal. Ich habe auch schon im Vorfeld kurz mein Bauraum ein bisschen erhöht, weil ich habe schon gesehen, der alte Krascht mal ein bisschen zu klein für das, was ich vorhatte. Und man muss jetzt nicht unbedingt sehen, wie ich mein Gebiet vergrößere. Zwei, drei, also den Bauraum muss ich sagen. So, vier Stück darüber hin. Dann sagen wir eins, zwei, drei und vier Stück darüber hin. Sobald wir das haben, können wir sagen, bitteschön, Modul kopieren, ab nach da oben. Bitteschön, Modul kopieren, ab nach da unten. Wie gesagt, seitlich können wir noch gehen. Seitlich wird immer noch passen. So, dann möchte ich, wenn das wieder alles am Laufen ist, die Wohnquartiereinheiten hier erhöhen. Wenn man das hier schon mal machen könnte, das wäre ganz wunderbare Natur. Als nächstes können wir sagen, Produktivität erhöhen. Was bist denn du? Metall, Mikrogelderproduktion. Eins, zwei und drei. So. Eins, zwei und drei. Was bist du? Ich sehe, ich habe nicht. Ich sehe, ich habe nicht. Entschuldigung. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. So, und das da hinten war dann quasi Computronik-Substrat. Da machen wir jetzt mal das zwei hin. Das passt dann schon. Damit es ein bisschen schöner ausschaut. So, Fabrikleistung wurde dadurch massivst erhöht. Dann, als nächstes, sagen wir, ich hätte gerne Vertikal nach dorthin. Vertikal nach dorthin und auch nach dorthin. Aber wenn ihr damit schön ausschaut. Weil ich hätte hier unten auch gerne noch meine Luxusbuchten. Pass, pass, passt. Und hier rüber. Und dann sagen wir auch hier unten wieder, ich hätte gerne... Ihr wollt gerade sagen, bitte, lass mich doch hier unser Problem mit den Angestellten lösen. So, so, und Sortele. Dich hin und dich hin. Und du und du auch noch hin. Sortele. Dann als nächstes, wenn wir das haben, können wir, wobei, komm was los, wir gehen vor die Pulle, hinbauen, hinbauen, wir haben genug für euch alle da, und der Platz zwischendrin ist Absicht, weil ich da dann wahrscheinlich später Verteidigungstürmchen hinbauen werde, ich muss nur mal gucken, es gibt noch eine andere Verteidigungsplattform, aber die ist ziemlich teuer, das können wir uns aber gleich noch anschauen, Hallöchen, Dankeschön, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt haben wir das alles, dann hätte ich gerne Flüssigbehälter noch, wo war denn, Lagemodulier, Flüssigkeitsstufe L, natürlich Stufe L, 1 und 2, das passt soweit, was seid ihr, Feststoff, Feststoff, einmal dort, und einmal dort, das Gute ist, dass die Lage ziemlich groß ist, Das heißt, auch wenn wir da oben die Produktion verdoppeln, das macht nichts aus, die L-Klassen können damit auf jeden Fall zurechtkommen, so, 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 hätte man dich auch soweit, dich hätte man soweit, dich auch, dich auch, dich auch, das heißt, wir können das Ding so mal in Auftrag geben, Änderung übernehmen, Dann, Konstruktionsschiff, soll bitte, du hier sein, wählen, wunderbar, Energiezentrieren, Karbonat, wir brauchen ziemlich viel, stelle ich fest, richtig viel sogar, macht aber nix, dies kriege ich mal alles noch irgendwen, so, ähm, Kosten wären dann 41 Millionen, hehehe, Hehehe, whatsapp, whatsapp, Erst einmal sagen wir, Clownstester hier, Und dann sagen wir, wir gehen hier bitte zurück aus dem Ganzen, Und ich hätte gerne, putz, einmal hier, im Raumdock, Schiff kaufen, ein M-Klasse Schiff, das passt schon, und zwar eine Ball-Ball-Drick, schwer, natürlich, Mit Toschkei und GZ brauchen wir nicht, wir brauchen noch ein paar Marines, wenn es drauf ankommt, das war es aber schon, Denken, warum jetzt gerade eine Ball-Drick, Ähm, es hat den Hintergrund, Ich möchte jetzt kurz privaten Handel treiben, Dadurch, dass ich selber dann quasi meine Ressourcen abbauen wäre, äh, beziehungsweise, dadurch, dass ich selber auch hier Ressourcen habe, kann ich die wiederum verwenden, um, das hier aufzubauen, das heißt, ich brauche keine 41 Millionen, und schlage mich tot, ich habe schon ein bisschen was, und das soll man direkt von dir klauen, und da unten reinschmeißen, ziehst du gerade in, ach so, das sah gerade aus, als würde ein Meteorit in sich herziehen, so, ein paar Sekunden haben wir noch Zeit, dann können wir nämlich nebenbei nochmal kurz gucken, zu dir hier, Bauplan kaufen, ähm, Module, andere Module, Verbindungen haben wir alle, Docking Module, ähm, was haben wir denn, Handelsstation Hexapod, 3 Millionen, Geiles Ding, kann man dann wirklich später mal bei einer Handelsstation hinbauen, ähm, Verteidigungsmodule, das ist das ja, Administrationszentrum, und Brückenverteidigungsplattform, die zwei möchte ich auf jeden Fall mal haben, viel Glück da draußen, ja, Dankeschön, und, mhm, was ganz anderes noch, was eventuell auch nach hinten losgehen kann, das ist mir jetzt aber gerade sowas von egal, ähm, Produktionsmodul, Stimulantienproduktion, ihr habt richtig gehört, wir gehen in den Drogenbereich rein, das wird lustig, wenn das gleich jetzt schon mal sagen, so, ähm, ich möchte gerne erstmal, dass du, Flugseminar machst, kann ich helfen, auf Wiedersehen, meine Neuepidoten wissen anscheinend nie, wie man fliegt, dann möchte ich, dass man sagt, zack, so, Warn transferieren, die 200 bestätigen, und zu ihm hingehen, dann sagen wir Transport mit dem hier, dann bekommt er die ersten, zack, dann sagen wir Warn transferieren, Energiezellen, zack, bestätigen, und Handel mit Baulager, einmal, einmal, zack, dann hätten wir das nämlich auch schon mal, transferieren, ähm, Metallgitter war, glaubt, das nächste, wenn ich es richtig gesehen habe, nein, Computer zurück und mit, Metallgitter brauche ich nicht, an soft, Metallgitter brauche ich nicht, ich weiß was Neues, gehen wir mal kurz noch mal rein, die Stiche Übersicht, äh, ne, bauen, 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 Sikoncarpit war es, ah, Sikoncarpit, okay, 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 alles klar, das können wir gleich noch machen, das funktioniert kleiner, ich weiß, sind alle gerade am Warten, wenn jemand was machen kann, ähm, transferieren, Sikoncarpit, da unten haben wir es doch, hier, 500, zack, zu, Baulage, transferieren, und zwar alles, was wir haben, kommt da rein, Könnte mir jetzt auch quasi ihm so zuweisen, aber ich möchte erst mal, dass er hier was rauspunkt, das passt dann schon, äh, Kompotronik noch mal ein 100er, richtig, und nochmal so 9000 Energiezellen, wäre jetzt nicht schlecht, ein bisschen mehr als 9000, das passt dann schon, zack, und, zack, und der Rest kommt dann später hinterher, wenn er das mal gemacht hat, dann wird es auf jeden Fall funktionieren, so, aber, weil er gerade bei Stimulantien, warum, ich möchte einen Drogensektor aufbauen, ein klitzekleiner Drogensektor, muss ja nichts besonderes sein, aber so ein klitzekleiner, wäre jetzt nicht gerade unangenehm, ähm, da müssen wir gerade mal gucken, Handel, kauft Waren ein, quasi hier, Verteilungsposten, okay, das ist doch schon mal etwas, Objekt hier auch, Ware und Verkauf, aber der Einkauf ist hier am höchsten, das heißt, in Sigarius werden wir noch eine Kleinigkeit aufbauen, ich habe nur keine Ahnung, was Stimulantien kosten, er macht aber nichts, es macht aber nichts, ob es auch wirklich Sinn macht, weiß ich auch nicht, aber ich meine, es ist hier auf jeden Fall egal, also, was soll es, was soll es an der Stelle, haben wir sogar noch kleine Bolus, die hier oben was betreiben, halt es doch schön, dies ist doch wunderbar, so, ich hätte gerne einen neuen Bauplatz, um einen Bauplatz zu stellen, der soll relativ nah an der Verleihungsstation sein, warum eigentlich nicht, können wir ja quasi hier hin machen, so, ist egal, das Fabrik ist gemacht, Baugenehmigung ist geholt und weiter, solle, dann hätte ich gerne erst einmal die neuen Kommandanten gesehen, eine Brücke, ah, Verbindungselement, also ich habe jetzt Kreise, wo ich Geschütze aufmache und Brücke, Administrationszentrum, hm, für Drogen, ich muss gerade mal gucken, für was ist es denn überhaupt da, es sieht einfach nur toll aus, es sieht einfach nur toll aus, okay, ah, nee, warte, damit könnten wir einen Sektor übernehmen, äh, macht aber keinen Sinn, macht echt keinen Sinn, da sagen wir lieber, ich hätte gerne, ach, ich habe eine ganz tolle Idee, auch wenn es kompletter Overkill an der Stelle ist, meine Gutsche, kommst du auch mal her, Bauplan kaufen, ich hätte gerne Dockingmodule und ich hätte gerne, das der Terranischen Handelsstation, bingo, auswählen, viel Glück da draußen, ja, vielen lieben Dank aber auch, und Abspeicherung, Terranse Station Hexadoc, Raum Pier, wir werden es quasi fulminant dort machen, es soll wunderschön ausschauen, hehehehe, okay, ähm, muss ich mal zu Hause, hier, zack, Bauoptionen, wo ist denn diese Andockstation, dann fahr, warte, erstmal drüber, radikal Andocken, Hexapod Station, hier, die hat alles, was man braucht, und, okay, das ist zu groß, pff, ich, okay, ich merke, es ist ein bisschen zu groß, ähm, okay, das, das kriegen wir gleich hin, das kriegen wir gleich hin, die Fabrik bitte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, in all Himmelsrichtung bitte größer werden, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte so viel Platz dafür brauchen, aber was soll's, genehmigen holen und weiter, so, noch einmal, jetzt schon immer noch ein Rast oder so hätten, aber was soll's, pff, ha, 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 okay, okay, wir haben, oh Gott, oh nein, zuck, 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 wir haben dich jetzt hier, aber anscheinend, ähm, fehlen noch die Kleinen, sagen sowieso schon, also gibt's noch ein Kleinen oben drauf, und es gibt noch, so ist noch ein Kleinen unten drauf, gibt's natürlich auch noch was, das wäre auch noch etwas, ähm, mach mal bitte Änderungen übernehmen für den Moment, Tatsache, der ist nur für Große da, nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht, okay, ähm, dann hätte ich gerne, ähm, ein Brückenmodul, hä, nein, natürlich, das brauchen wir gerade nicht an der Stelle, ich möchte etwas Vertikales haben, um dort unten auch noch meinen Raum-Dock hinzumachen, man weiß nie, man weiß ja nie, für was man es brauchen kann, so, dann benötigen wir Produktionsmodule, wie schaut denn das aus überhaupt, Stimulantienfabrik, geht in allen Himmelsrichtungen, so wie es ausschaut, und wäre hier sogar noch zu groß, oh, okay, wäre hier noch zu groß, dann sagen wir, das ist mein System, entfernen, so, dich hier, auch entfernen, dann kann man es vielleicht wirklich so machen, mit der Brücke, halt, dich hier, dorthin und dorthin snappen, okay, das passt, das gleiche machen wir nochmal, kopiäre Modul, naja, ernsthaft, ja, ernsthaft, ähm, so, zack, ab nach unten, haben wir den Hauptpunkt oben und den Hauptpunkt unten, dann kriegt man nochmal so einen hier unten hin, willst du mir jetzt sagen, dass ich hier nicht hinhause, das möchte er mir wirklich sagen, entfernen, gut, dann müssen wir das Ganze nach oben setzen, hm, ah, so rum geht es, okay, so rum geht es, jetzt sind wir zu Hause, sind wir noch mittig momentan, nicht ganz, wenn ich das richtig sehe, nicht ganz, so müsste es etwa, in etwa passen, so müsste es hin, so, Luxus, ab nach unten, ja, das wollten wir doch so sehen, weil nach oben brauchen wir nicht wirklich viel mehr, wir können es noch, bis es so hin, halt, bis es so entsetzen, und gut ist, dann, Stimulanz in Fabrik, wenn ich das jetzt mal so hinbauen würde, können wir doch direkt mal sehen, Logistik, wir brauchen Energie, Helium und Silizium, das ist alles, das ist alles sowieso, drauf schaut, so, dann sagen wir jeweils, drei Stück davon, wir machen eine riesen Anlage, einfach zu Kaudi, was soll's, kopiere die Sequenz, mach sie auf die andere Seite, so, das heißt, wir haben an Speicher, Feststoff, Flüssigkeit, Container, alle drei, okay, dann, ah nein, ah, der, 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 okay, ich bin wieder rausgesprungen, ich bin wieder rausgesprungen, ach Mensch, das ist immer das gleiche, es ist immer das gleiche, man verklickt sich einmal und das war's, ah, oh, zumindest das hat er behalten, zumindest, ich muss lernen, einfach mehr, mehr Knöpfe und Hebel gleichzeitig zu bedienen, okay, wir wollen das Ding erst mal starten, eine Brücke, einmal so, einmal bitte, das Ding so hinmachen, dann, kopiere Modul, wunderbar, wir haben's gleich, wir haben bald unser Drogenimperium, so, wir haben dich und dich und dich, Produktivität, Stimulantien, dich, dich und dich, und da drunter kommen dann alle drei Containerarten einmal, Container, ach, das wiederum geht nicht, ah, okay, 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 ich verstehe, hm, natürlich ein bisschen doof, ein bisschen arg doof sogar, außer wir sagen, die Container werden dann hier Scheps drinstehen, das können wir natürlich auch mal probieren, ist das denn eine Möglichkeit, wenn wir sagen, halt, bleib schön da, wo du bist, ich möchte die, ah, ich möchte die hier haben, so, nein, ich möchte, komm mal her, so, wenn ich es jetzt so Scheps mache, dann haut es hin, Container, Feststoff, und Flüss, äh, warum haut es nicht ganz hin, ah, wir sind noch zu weit, oh, wir sind zu weit oben, ah, hehehehe, okay, das ergibt natürlich voll und ganz hin an der Stelle, dass das dann hier nicht ganz so hinhaut, ähm, du kommst bitte komplett hier hin, dann müssen wir da nochmal eins nach unten fahren, damit das funktionieren kann, so, ich hätte gerne dieses Modul kopiert, Dankeschön, das ist der hier herangeschmissen, und dich wieder dahingeschmissen irgendwie, weil jetzt müsste man theoretisch ein Stück weit unten sein, jep, das guckt da zwischendurch, und guckt dann später da zwischendurch, das passt, und dann mein Pfand einmal hingebaut, passt, 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 wir haben alle drei Sachen, das heißt, wir hätten den Grundstein gelegt, wir haben soeben den Grundstein gelegt, für unsere Trockenimperium, das ist doch schon mal schön, 10 Millionen braucht das Ding bloß, aber das ist ja wenig, das ist ja wenig, wir wählen dich dafür aus, dann sagen wir zu GAU, die wir unterstützen das System mal, hier, bestätigen, finde mir etwas, baue mir etwas, Dankeschön, Bingo, irgendeine Nachricht kam gerade, ich habe sie nicht gelesen, unschön, ganz, ganz unschön sogar, das heißt, wir möchten auch hier nachher dann quasi, Einheiten, die sich darum kümmern, das können wir nachher aber auch noch machen, Trockenimperium, ich komme, so, wie schaut es denn hier aus momentan, Beutwick zockt ab, in der Zwischenzeit soll ich tun, ein bisschen was, ja, nicht viel, Bauplan, wird schon was gebaut, yep, etwas, bin mir drungen auf ein klitzekleines bisschen, etwas, wir brauchen immer noch jede Menge, Kompotronik und Silikon-Kabit, was kann man denn noch transferieren hier mittlerweile, Silikon-Kabit, her damit, dann wieder transferieren als Baulage, Silikon-Kabit und wunderbar, wir produzieren unser eigenes Gedönsel, so müssen wir quasi mit nichts und niemandem irgendwas machen, Yoga-Bit, wunderbar, zack, und das gleiche auch noch hier transferieren, Bingo und Bingo, Sottle, dann würde ich mal sagen, ich seppe mich mal kurz auf mein Schifflein, das hier sein müsste irgendwo, Terras Faust, ihr teleportieren, wunderbar, als gäbe es kein Morgen mehr, beziehungsweise müssten wir eigentlich, ich würde sagen, wir haben noch einen kleinen Beutel, auch hier, das wäre auch was, komm, wir lassen das Schiff mal noch angedockt, mit hoffen noch angedockt, ähm, ich möchte gerne zum Docking, zum Frosch, genau, komm mal her, Frischlein, wir sind es an unseren Weg jetzt mal, Manchmal verstehe ich nicht, was ich hier sehe, äh, was ich höre, Entschuldigung, okay, wir hätten jetzt auch natürlich uns hinzeppen können, das wäre natürlich auch gut gegangen, Ob alle, so, meine Gute, dass ich mal kurz hin, wir tocken ab, wunderbar, und dann werden wir einfach mal in die Richtung fliegen, einfach mal zur Gaudi, und ein bisschen Sins aktivieren, wie die Zeit vorangeht, dann bin ich mehr als gespannt, wir sind nicht schnell, müssen wir aber auch nicht sein, was Gott sei Dank, wo bin ich denn überhaupt unterwegs, an der da hinten, kann man auch noch darüber fliegen, das passt auch, Hauptsache, wir sind jetzt quasi nicht im Bereich von der Polizei, es wäre jetzt dann das unschönste an der Stelle, Södle, dann müsstest du ziemlich schnell vorankommen eigentlich, Bauplan, das Zeug bekommt, das ist auch, das ist auch, es dauert einfach nur etwas, da bin ich froh, dass wir so viele Ressourcen in dem Ding drin haben, ohne das wird es nämlich echt schlimm ausschauen, so, na komm, na komm, na komm, bestätigen, Dankeschön, ne, am Ende, alles reicht noch, was Energiezellen reichen auch aus, wie gesagt, wenn man einmal nicht mehr da drin ist, Södle, und Bingo, in dem Sektor, dann funktioniert es auch, noch ein paar Aufträge vor dir, jepp, auf jeden Fall, so, wie schaut es denn hier unten aus, Bauplan, das Zeug ist alles eingekauft, es ist am kommen, es dauert alles nur, okay, sage ich nicht nein dazu, wir haben auch zwei Sammler, das heißt, Helium und Lithium ist schon mal kein Problem, Energiezellen, können wir wie immer liefern, dies können wir auch machen, für später dann, dann sagen wir noch, muss ich mal gucken, wo bist du denn, geht's, eine Schrottverarbeitung, Grundlagen, Wohlbefinden, wo wir da, Sonnenfabrik, hier, du hier, Sigarius Fabrik, nein, du bist, jetzt nicht Sigarius Fabrik, du bist auf jeden Fall, ähm, ähm, wir haben die Grundlagen, wir haben die Versorgung, wir haben, wir haben, ah, Imperators Glücksgefühl, das klingt so doof, das muss funktionieren, das klingt so doof, das muss wirklich funktionieren, Sordley, Boydraig, hier, du bist Yokaido, Boydraig, ich schätze es bitte, momentan aus, hält seine Position momentan, okay, Wahn transferieren, hier bitte noch ein bisschen was, das passt, dann wieder transferieren zum Baulager, und zack, Sigron Carbit, müssten wir nicht sogar da was haben, muss ich gerade mal gucken, Sigron Carbit, zack, transferieren, Sigron Carbit und Computronik, Substrat, ja, alles muss man mitnehmen, jedes bisschen zählt schon, und dann beides hier wieder abgeben, zack und zack und wunderbar, herrlich, wenn Plan funktioniert, das ist einfach schön, es gab noch ein paar Neuigkeiten, theoretisch müsste die Terranische Flotte, gerade richtig Stress machen, und sie sind irgendwie bis zu Matrix 7, 9b vorgetrunken, das heißt, die beiden Sektoren sollten eigentlich relativ frei sein, mit Tüttung auf relativ frei, was so viel heißt, wie, dass wir da vielleicht eine Übernahme machen können, äh, dankeschön dafür, es war klar, dass da nichts passiert, so, dann können wir nämlich auch sagen, eine Schiffswerft für 19 Millionen, das ist die Frage, kann ich hier ein L-Klasse-Schiff machen, und zwar ein Okinawa-Frachter, schweres Layout, nein, noch nicht ganz, okay, ich möchte jetzt quasi ja von meinem Sonnentempel immer die Energie nach unten hole, ach, stimmt, da muss ich gerade mal gucken, sind sehr kurz mal ausschalten, weil ich möchte ja eigentlich, überhaupt ja Informationen, das Zeug ist noch am kommen, okay, ähm, schon mal sagen, Energiezellen, ach, weil noch nichts da ist, deswegen kann ich auch noch nichts kaufen, okay, vergiss, vergiss es, dann weiter in den Sinsamodus reingehen, es müssen erst Zeugs, es muss erst etwas gebaut werden, bevor ich irgendwelche Warnsachen, äh, machen kann, gibt aber auch Sinto Kaido, wo ist die Beutryk, ähm, wo haben wir die Beutryk versteckt, Beutryk, hier wunderbar, dann noch einmal, Warntransferieren, mit dem hier, Computronics Substrat, und Sinkum Capit, bestätigen, einmal, so, und einmal, so, wunderbar, dann transferieren, mit dem Lager, Sinkum Capit, die ganze Ladung dieses Mal, beziehungsweise könnte man auch, wie ich sagen, hey, guck mal, theoretisch, müsste es automatisch ja auch machen, wir können es gleich mal nachgucken, ob es macht oder nicht, sagen, für Bauerskommandantenhandel, bitte in Beta übergehen, Schauen wir mal, ob es dann auch noch macht, es wäre schön, es wäre schön, müssen wir es halt manuell machen, er macht's, okay, passt doch soweit, da dran wird voll gemacht, komm, Sonnexustrat ist gemacht, und rein damit, so und so werden wir voll, okay, passt, passt auf jeden Fall, wir haben die Andock, ey, der Witzkatt, das schaut einfach nur cool aus, das schaut so cool aus, und werden wir schon, wird immer weiter produziert, im Moschee weiter, so, wir holen uns wieder ein bisschen mehr Geld raus, das passt dann schon, und werden dann nachher dort mal hinfliegen, das wird nämlich echt schön ausschauen, ach, wisst du was, wisst du was, ähm, ich möchte bitte, dass unsere gute Frau hier, äh, wo ist denn hier, komm nochmal kurz hoch, guten Tag, Gunther, du steigst wirklich die Treppen hoch, wow, kann ich helfen, ähm, mir, ah, das geht nicht, okay, ob wir das sind, passt, 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 komm wieder hoch, komm mal hoch, hock dich mal dorthin, ich möchte mal wissen, ob wir auch direkt mit dir schwätzen können, wenn du da drin bist, schauen wir doch mal, das würde mich jetzt jetzt interessieren, so, einmal, reden, steh auf, nein, das möchte man natürlich nicht, ähm, ich möchte aber, dass du, schon mal, ah, ich wollte gerade sagen, es steht ja komplett quer, gerade alles, die ganze Karte, ich möchte bitte, dass du hier, muss ich überhaupt dorthin, ich glaube, ich kann mich einfach porten, wenn ich jetzt ganz, nicht ganz richtig, äh, ganz falsch bin, richtig, ich kann mich auch teleportieren, und ich komme gleich wieder, bin gleich wieder da, nice, okay, Moment, ähm, Luxus, ich kann nur in den Luxus-Talking-Bereich, ah, schade, Büro des Managers, dann gucken wir doch mal, ob wir da was sehen können, ich glaube, es ist mal eher nicht da, aber was soll's, ja, wir haben ein bisschen Ausblick auf das Ding hier, schade, wir sind die andere Seite nicht, aber es ist auf jeden Fall gewaltig, das muss ich sagen, es ist mehr als gewaltig, ähm, dann werden wir nachher hin, ah, wobei, so können wir's anschauen, die sind aber auch mit deinen riesigen Geschützen, yep, ja, das sieht doch geil aus, oh mein Gott, der untere ist auch schon so gut wie fertig, ist es einfach ein Traum, es ist ein wunderschöner Traum, und genau so und nicht anders wird sein, mit allem, was wir aufbauen werden, ähm, wie schaut's hier unten, das durch das ganze Sinsa, Imperators Glücksgefühl, Ah, ich muss noch was komplett anderes machen, stelle ich gerade fest, ähm, wir haben hier noch Masse-Teleportation, und dazu müsste man natürlich dem auch noch ein bisschen mehr Geld geben, stelle ich gerade fest, ich gebe dem Ganzen nochmal 6 Millionen, das passt dann schon, den Rest kriegen wir schon noch irgendwie zusammen, ich denke mal, Bauplan, ja, die Energiezinsen sind noch nicht da, okay, dann ist klar, dass er noch überhaupt nichts vorankommt, schlimm, 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 okay, ich möchte wieder zu meinem Fröschlein zurück, teleportieren zu, wunderbar, und ich sehe schon, irgendwann wird der Sektor nicht mehr ausreichen, um Eis zu versorgen, dann müssen wir noch weißen, woanders hingehe, oh, Häuschen, zack, 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 so, ich tue ich wieder abwerben, Dankeschön, jetzt, damals sind sie wieder aktiviert, so, nichts anderes muss es sein, der Beutig versorgt ihn immer schön weiter, wenn ich das richtig sehe, jepp, das passt soweit, haben wir so gut wie er alles, er muss einfach nur noch bauen, das ist das schöne Grad, er muss einfach nur noch bauen, bis zum Umfallen, sobald man die Anzahl an Lager auch noch hier erhöht haben, und alles drum und dran, er wird glorreich werden, er wird, glaube ich, 1,2 Millionen runterstellen, ich verdiene halt auch so viel, genau deswegen ist auch der Grund, warum ich nicht weiter angreifen, äh, nicht weiter intervenieren werde, ähm, bei dem Krieg gegen die Yaki, die Terranos sollen angreifen, bis zum Umfallen, sagen, bis sie selbstständig einmal komplett durchgebrochen sind, das ist das, was ich erreichen möchte, dass sie selbstständig durchbrechen, denn so lange werden die hier immer noch weiter, äh, Xenos Schiffe herbringen, die ich quasi erobern kann, äh, beziehungsweise, ich muss ja eher sagen, abbauen kann, das trifft es wahrscheinlich gerade eher, und gleichzeitig muss man auch sagen, verprassen die ihre Schiffe, im Endeffekt natürlich ein bisschen unschön, weil, äh, ich möchte natürlich ein starkes Protektorat haben, aber es gibt noch hier Krieg, hier Krieg, und hier unten auch noch Krieg, und da gibt es noch ziemlich viel zu tun, und wenn wir dann wirklich mal hier gegen die Antigonen vorgehen, die, muss ich mal gucken, hier auch noch weitergehen, die haben hier unten einen größeren Bereich, noch den ihnen gehört, und hier gesegnete Vision, die, wie nennt sich die gleich nochmal, HOP, Paraniten, Paraniten? Das sind Paraniten, ich hätte eigentlich gedacht, das wäre, was weiß ich, die gläubigen Fraktion da unten, auch wieder ausgelöscht, und irgendwo, sind auch noch die Split, und wird auch noch interessant, weil wir mal gegen die Krieg führen, als ihr seht, das Potenzial für Krieg ist massiv da, Schiff kaufen, E-Klasse Schiff, Frachter, schwere Ausrüstung, noch ein paar Marines zur Gaudi, und zu Einkaufssystem zufügen, vier Minuten fertig, wunderbar, können wir mal gucken, wie schaut es denn hier momentan bei dir aus, Bauplan, ah, ist alles da, okay, können wir das auch so bestätigen, du bekommst keine Kohle, das passt schon soweit, die Drogenfabrik wird am Laufen sein, herrlich, es geht es auf jeden Fall, nein, aber wir haben ja das Glück, dass, wie, dass die Terranus selber, jetzt ziemlich schlechte Produktionskader, muss man sagen, hier und dort haben sie ein bisschen was zur Produktion, aber im Endeffekt, müssen wir den Smilch der ausmachen, da wollte ich heute schon von woanders, der Sachen sowieso ausschaut, hat er natürlich zuerst immer, wenn es geht, das ist aber bereits, hast du bereits alles hergeholt, nein, ich wollte gerade sagen, es wäre ein bisschen der heftigste, wenn das funktioniert, wenn das gekriegt, gehabt hätte es soweit, Logischstück, 800 hier, 900 da, ein bisschen was ist schon vorhanden, muss man schon mal sagen, oder erwartet einfach gerade ab, es kann auch sein, das kann auch sein, egal, egal, es muss auf jeden Fall der Händler oben fertig sein, das wäre schon mal eine Sache, ah, jetzt hat er wieder ein bisschen was, andocken können, da könntest du auch andocken, wunderschön, so, du, du, okinawa, du wirst jetzt nicht ein Diener, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Diener des Sonntempels 9, das ist auch schon mal schön, so, let's, zack, Diener des, Sonntempels Nummer, 8, jetzt da 9, so, ich möchte, dass du, ein Wiederholungsbefehl, ah, beziehungsweise, Moment, kann ich helfen, ja, erstmal ein Seminar durchführen, Dankeschön, dann möchte ich bitte, dass du ein Wiederholungsbefehl machst, bestätigen, ich möchte, dass du von hier, kaufst, Waren, und zwar Energiezellen, Kaufpreis maximal von so viel, bestätigen, und dann möchte ich, dass du nach hier unten reichst, zack, Q transferieren, ein Manager, gerade egal wen hier, bestätigen, und danach sagst du, verkaufen an, du kannst noch nichts verkaufen, okay, Kauf nur meins, Handel durchführen, wunderbar, Logistikplan, der Rest ist noch nicht da, so wie es ausschaut, äh, ja, der Rest ist noch nicht vorhanden, wir sind aber noch auf Sincer hoffentlich, nein, okay, das regelt gerade so einiges, das erklärt gerade so wirklich einiges, ich muss gerade sagen, die bauen gar nicht mehr so schnell ab, ja, ja, Langsburg, okay, dann muss ich mir jetzt merken, der Neuner ist es, bei dem wir noch ein bisschen Hilfe brauchen, ähm, ansonsten, die Nischen, Kompatoren-Exlustrate werden auch gemacht, Baupern, wie weit bist du mittlerweile, du bist hier fertig und auch hier fertig, was kommt als nächstes, noch ein paar Wohneinheiten, das ist nicht verkehrt, Produktivität sind natürlich auch noch schön, aber, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, die nächsten Millionen sind drinnen, hei, 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 da hat es noch, das wird man jetzt verdoppeln, anstatt 6200, ja, das wird so ein Traum werden, dies wird ein Träumchen werden, wird es, so, Bauplan, wir können auch schon mal sagen, ich hätte gerne, zack, kopiere, Modul, äh, falsch, ich möchte die Sequenz kopieren, Wunderbar, dann möchte ich das Ganze nämlich auch gleich noch auf der anderen Seite haben, wenn wir es schon mal drauf haben, so, wie gesagt, das könnte auch komplett nach hinten losgehen, aber, ich möchte es einfach haben, weil es so ist, ein bisschen Spaß muss ja sein, so, dann ist gleich hier auch, Kopiere Sequenz, Bau das Ding so rum und dann so rum hin, wunderschön, dann sagen wir es gleich noch mal, hihihi, dich hier, dich hier, Kopiere Sequenz, wenn man es einmal raus hat, dann funktioniert es relativ leicht, muss man sagen, so, oh, ähm, nein, nein, das ist natürlich so ein bisschen, das ist ein bisschen unschön, ich möchte schon nach oben gerichtet haben, das wäre schon am schönen, das geht nicht hier, wes, das haut nicht hin, willst du mich vergag eiern, okay, dann muss es halt hier nach unten gerichtet sein, was soll es, es schaut zwar ein bisschen komisch da doch aus, aber, mein Gott, dann haben wir es einmal so und einmal so, wie kam Andock Bereich, dann müssen wir das Meister unten schauen lassen, guck mal, so ist, so, ansatzweise gerade, ansatzweise gerade, und auch ihr hier, guck mal, komm mit, komm mit, muss man direkt sagen, hey, sorry Leute, ich geht einfach nicht, ich gehe so ein Schneider, solle, Änderungen hinschmeißen, jopp, vielleicht natürlich noch mehr, aber was soll's, Sitzpasten hat Luft, und wenn ich jetzt die Sequenz hier, ah, mal kopiere, und dann sage, okay, collision, das geht jetzt nicht, warum geht es jetzt hier wiederum nicht, macht mich echt fertig, wisst ihr es eigentlich, nein, ich möchte es ja mit Absicht, so rum hinbauen, nein, nein, es passt, es passt, es passt, es passt, okay, Moment, Moment, sagen wir gleich, extra nach da unten, hinstellen, hier, okay, jetzt hat es gerafft, jetzt hat es verstanden, solle, und, ja, der hat es nicht ganz verstanden, ähm, die Sequenz, das bitte entfernen, bitte das entfernen, solle, hier die Ausrichtung, Modul kopieren, bitte, wunderbar, und das gleich auch noch mal, kopieren, bitte, wunderbar, solle, dann sagen wir, Sequenz kopieren, warum nicht, sieht doch auch schön aus, hat doch auch seinen eigenen Charme, kopieren, und nach darüber machen, und nach darüber gehen, und, bingo, Endung Module rein machen, oh Gott, es ist ein Vollefanz, es ist ein wirklicher Vollefanz, 16 Millionen, sollen wir das noch, ah, ich weiß nicht, ja, was soll's, gib mir das Geld aus, wir haben es ja, wir haben es ja, oh, nicht mal ganz, okay, alles ist drin, bitte alles einkaufen, das passt, Minü schließen, Sördle, noch können wir weiter nichts machen, wie schaut's denn hier aus, der Boydrick, ist angedockt, er schaut's hier aus, es geht nach und nach voran, die Sachen werden hingeklatscht, ein Empire entsteht, nochmal 200 mehr, danach 200 hier unten, immer das quasi, das Konstruktionsschiff, ein bisschen Futter hat für alles, das passt dann schon, sind sie jetzt weiter aktiv, das ist auch schön, müssen wir gucken, wenn die mal irgendwo hier antauchen, wie weit es dann Stress gibt, aber dass sie das hier alles schon zerstört haben, das wohnt mich jetzt ganz stark, damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet, das große Experiment, ja, historische Aufzeichnungen sind auch dabei, Andriffstechnik müssen wir noch machen, Sprungtor, finden das verbundene Sprungtor, ja, das müssen wir spielen noch machen, noch ein Ehrenamt, und sonst haben wir momentan nichts da, nichts zu tun in dem Sektor, schlimm, 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 Logistik, Logistikübersicht, jetzt kommen die Container dran, okay, wir bräuchten noch, ach stimmt, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Kohle, wenn ich das richtig sehe, ähm, da können wir doch bestimmt von unserer, äh, sagt es mir, von unserem großen Stützpunkt hier, oder hat er was, ist die Übersicht, noch einiges an Kohle eingenommen, stelle ich fest, uh, uh, ähm, ja, ich bin doch darum, gebe mir einiges davon, ja, und wir bräuchten eigentlich noch wesentlich mehr Protein, passt die Stärke fest, 1400, oder wird schon da noch ein paar mehr Arbeitskräfte hinmachen, na, ich wäre auch noch etwas, weil noch ist es echt klein, gebe ich zu, es ist massivst klein, aber es erfüllt seinen Zweck, eine scheinige Ursache, es erfüllt seinen Zweck, Logistikübersicht, 12 Millionen schon wieder, hey, hey, wir haben hier und davon ab, wir haben immer schön, als weiß ich weitergemacht, auch Energiezellen reichen, gerade mehr als aus, oh je, oh je, in der Sonnensämpel, wir brauchen für das und für das, da hier, aber wir werden demnächst, der auch, ähm, ich wollte schon sagen krass, Entschuldigung für die Wortwahl, einen signifikanten Anstieg bekommen, für einfach alles, da werden wir die Energie wahrscheinlich, so wie es ist, gut gebrauchen können, so wie hat es denn jetzt, so wie ich die Übersicht, immer noch nichts, wie stimmt, ich vergagte Eier, ich hätte schwimmen können, da hätten wir ein bisschen was, ja, was weiß, was weiß, ähm, wir haben hier, wir haben dann hier Geschützturme noch mit drauf, oh ja, Verteidigungsmodule, Verteidigungsplattform, ha 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 ha, okay, das wäre quasi das oberste, wir haben ziemlich viele Spots übrig, Strahlenkanone, zwei Stück, L2, L3, Strahlenkanone, zwei Stück, ich habe noch kein Schild für das Ganze, ah, mischt, ja, ist ein bisschen unschön, aber gut, was soll es, Bestätigung der Änderungen, die kommen dann später hinzu, die Planung der Änderungen, Brückenverteidigungskopf, 100%, ach, wenn die nach oben dann geschmissen, hm, ja, das werden wir nachher sehen, das werden wir nachher dann sehen, wie es geht, aber, an der Stelle mal ein klitzig kleiner Cut, und ich werde gucken, dass bis zum nächsten Mal quasi, das hier am Laufen ist, und wir dann auch wirklich sagen können, hey, haben wir denn schon einen Container, eigentlich ja, dass das ein bisschen vorangekommen ist, und dann schauen wir mal, wie wir, oh, halte ich in der Bauch, stimmig dazu geploppt, das Ganze, aber sowas von, wie wir dann weitermachen werden, wie gesagt, beim nächsten Mal, ein bisschen übernehmen, macht's gut, und wie immer, tschüss, da. Bis zum nächsten Mal, 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 Untertitelung des ZDF, 2020